Ich zeige euch mal was. Ich habe euch richtig, richtig gute Laune, weil eigentlich, haben wir ja gesagt, Konfetti Pink, Frühherbst, frühestens, aber ich habe mich extra schon mal als Konfetti angezogen heute. Die sind zwar noch nicht ganz fertig, aber ihr seht, ich kann sie schon anfassen, also es dauert wirklich nicht mehr lang. Ja, was soll ich sagen, mittlerweile ist es echt schon so weit, dass wir gezwungen sind, unsere Ware auf dem Hof hier außen zu deponieren, weil es einfach so irre ist, was ihr bei uns bestellt aktuell. Danke an der Stelle dafür. Ihr wisst, ich kann es nicht oft genug sagen, es ist auch kein Fake. Wir haben eine wirklich echte Lieferzeit von ungefähr zwei Wochen aktuell. Wir versuchen das natürlich zu komprimieren und wieder so bei zwei bis drei Tagen zu sein. So wünscht ihr euch das ja auch, so hätte ich es auch selber gerne. Wir machen jetzt einen Mini-Slot auf für die allerersten, die da auf der Warteliste stehen, bestellt und wir liefern in, ich will jetzt nicht lügen, aber zwischen zwei bis drei Wochen haltet ihr die wirklich in euren Händen. Danke, danke, danke schon mal dafür. Danke, danke, danke.